Im Bereich des Äquators, da wo die Sonne senkrecht steht, ist die Einstrahlung am intensivsten. Hier erwärmt sich die Luft am stärksten. Die bodennahen Luftmassen steigen auf und kühlen ab. Zunächst bilden sich mächtige Wolkentürme. Dann setzt wolkenbruchartiger Regen ein, meist begleitet von heftigen Gewittern. Hier liegt die Zone des tropischen Regenwaldes. Da ständig neue Luftmassen nach oben nachströmen, werden diese in etwa 10 bis 15 Kilometern Höhe nach Norden und Süden abgedrängt. Dort, wo die Luft aufsteigt, bildet sich am Boden ein Tiefdruckgebiet und in der Höhe ein Hochdruckgebiet. An den Wendekreisen auf 23,5 Grad nördlicher und südlicher Breite sinkt die Luft wieder ab und wird dadurch wärmer. Am Boden entstehen Hochdruckgebiete. Es ist trocken und der Himmel ist wolkenlos. Hier breiten sich weite Wüsten aus, zum Beispiel die Sahara. In der Höhe dagegen bilden sich im Bereich der Wendekreise Tiefdruckgebiete. Die abgesunkenen Luftmassen strömen dann in maximal 2 Kilometern Höhe von den Hochdruckgebieten an den Wendekreisen zurück zum Tiefdruckgebiet am Äquator. Betrachten wir das Ganze von oben. Das bodennahe Tiefdruckgebiet am Äquator umschließt die gesamte Erde. Man spricht von der äquatorialen Tiefdruckrinne. Betrachten wir das Ganze von der äquatorialen Tiefdruckgebiet am Äquator umschließt die Äquator umschließt die Äquator umschließt die Äquator umschließt die Äquator. Getrachten wir das Ganze von Kentreise Tiefdruckgebiet am Äquator.